Musik 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 Wo geht's nochmal zum Gemeinschaftsrat? Musik 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 Warum sind alle immer so nervös? Es ist total sicher. Oh, hallo. Achte gern nicht auf mich. Ich wechsle gern ab und zu den Blickwinkel. Rücke die Dinge ins rechte Licht. Einmal habe ich es auf den Gryffindor-Turm geschafft. Von außen. Ohne Besen. Wirklich? Ich bin übrigens Nelly. Nelly Oxpire. Ich habe Gerüchte darüber gehört, was dir auf dem Weg nach Hogwarts passiert ist. Stimmt das? Mit dem Drachen? Musik Ja, ein Drache griff unsere Kutsche an. Meine Güte! Unglaublich! Wie aufregend und beängstigend. Musik Jedenfalls hast du definitiv für Aufregung gesorgt, was Gryffindor dringend nötig hatte. Und Hogwarts auch. Die meisten Schüler haben wohl nie einen Drachen gesehen. Und du? Meine Güte, nein! Ich habe auch noch nie von so einem Kutschenangriff gehört. An Kutschen ist doch gar nicht genug Fleisch dran. Ich nehme an, du hast keine Höhenangst. Ich war schon immer so, seit ich klein war. Mit fünf hat meine Mutter mich mal auf dem Dach gefunden. Sie weiß bis heute nicht, wie ich raufkam. Aber bei all den seltsamen Gängen und Zimmern im Schloss und allem, was auf dem Schulgelände und drumherum so lauert, muss man keinen Turmerklimm, um unglaubliche Dinge zu sehen. Welche Gerüchte gibt es über meine Reise nach Hogwarts? Äh, dass du einem Drachenangriff entkommen bist? Reicht das nicht? Die meisten kommen mit Bahn oder Boot. Nicht direkt aus einem Drachenmaul geflüchtet. Natürlich reden die Leute. In Hogwarts spricht sich sowas schnell rum. Wir sehen uns bestimmt wieder. Im Gemeinschaftsraum oder wenn du mal wieder einen Turm erklimmst. Man weiß nie. Mach's gut! Funktioniert immer noch nicht. Mist, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Es ist kein komplizierter Zauberspruch. Ich sollte ihn nonverbal wirken können. Warum funktioniert er nicht? Komm! Oh, hallo. Willkommen in Gryffindor. Ich bin Cressida. Ist mir ein Vergnügen, Cressida. Deine Ankunft gestern Abend bei der Einführungsfeier war theaterreif. Du hast es gerade noch so geschafft. Stimmt es, dass du Professor Felix Schützling bist? So würde ich das nicht nennen. Er hat mir vor unserer Ankunft nur ein bisschen was gezeigt. Mist! Ich hatte gehofft, er hätte dir ein paar Tipps zum wortlosen Zaubern gegeben. Ist es das, was du gerade versucht hast? Ja, ich habe ein paar Probleme. Den Zauberspruch habe ich mit der Beschwörung gemeistert. Doch das hier ist etwas schwieriger. Keine Sorge. Du kriegst das schon noch hin. Oh, das hoffe ich. Wenn ich es schaffe, wird Professor Ronan sicher sehr beeindruckt sein. Ich versuche es einfach weiter. Ist es wirklich so schwer, wortlos zu zaubern? Oh ja. Und wenn man es nicht richtig macht, kann das Ergebnis nun ja unangenehm sein. Ich habe mal versucht, Depulso wortlos auf einen Becher in der großen Halle zu wirken und schleuderte Professor Sharp damit seinen Yorkshire-Pudding ins Gesicht. Er war nicht begeistert. Können denn viele Schüler wortlos zaubern? Aber nein. In Hogwarts wird wortloses Zaubern erst in der sechsten Klasse gelehrt. Und selbst dann tun sich viele schwer damit. Ich versuche nur einen Schritt voraus zu sein. Tja, viel Glück damit. Hat mich gefreut, Cressida. Mich auch. Viel Spaß am ersten Tag. Das schmeckt richtig gut. Willst du es nicht mal probieren? Habe ich selbst gebraut. Hallo, du bist der neue Fünftklässler. Freut mich, ich bin Gareth Weasley. Ich habe von deiner Anreise gehört. Unglaublich. Schön, dass es euch gut geht. Stimmt es, dass jemand vom Ministerium mit euch in der Kutsche war? Oh, äh, ja. Ein Freund von Professor Fick. Oh, ich wollte nicht neugierig sein. Grässlich, diese Drachen. Naja, schön, dass du hier bist. Danke, Gareth. Ich auch. Bist du mit Professor Weasley verwandt? Ja, sie ist meine Tante. Muss schön sein, sie als Lehrerin zu haben. Tja, das sollte man meinen. Tante Mathilda behandelt mich wie ein Erstklässler. Behält mich ständig im Auge. Ehrlich gesagt ist es etwas erdrückend. Aber sie meint es gut. Und sie ist eine sehr mächtige Hexe. Sie passt auf einen auf. Trinkst du etwa Butterbier zum Frühstück? Oh nein, ich arbeite an einem Rezept, das mir im Sommer eingefallen ist. Es ist fast fertig. Einigen Versuchen zufolge braucht es noch etwas Arbeit. Das Brauen scheint dir Spaß zu machen. Darf ich annehmen, dass du ein Talent für Tränke aller Art hast? So wie ich das sehe, besteht kein grundlegender Unterschied beim Brauen zwischen modifiziertem Butterbier und einem Mega-Power-Trank. Aber ich bin nicht sicher, ob Professor Sharp die Verbindung sieht. Er schätzt meine Kreativität nicht so, wie man denken sollte. Hat mich gefreut, Gareth. Und danke, dass... Freut mich auch, dich kennenzulernen. Viel Glück heute. Gryffindor-Neuzugang. Professor Weasley wartet vor den Gemeinschaftsraum. Guten Morgen! Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der fünften Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. Äh, ZAGs? Ja. Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums, haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Hier lang. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Lumos. Kommen Sie. Reveglio. Ah, das Handbuch hat offenbar einige Informationen über das Gemälde des armen Berufio. Wirken Sie Reveglio, dann sehen wir, was das Handbuch sagt. Reveglio. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Ich schreibe! Bloß nicht trödeln, Sie haben noch Unterricht. Reveglio. Reveglio. Ach, das kommt gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohrflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Oh, das ist ja so! Und da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. RIVELIUM Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer und erhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So wer sehr... Das hat er, Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht. Ein paar Ruinen erkundet und... mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Figg hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn man vom Teufel spricht... Professor Figg, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja. Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Hm. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heilangekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Sie hat mich überrumpelt. Aber mehr habe ich ihr nicht über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, Sie ahnt, dass wir etwas verbergen. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch fühlen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. So, gut. Nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand. Und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, Warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich, mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen, er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre Z.A.G.s. Reveilion! 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 Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Reveilion! 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 Das war's für heute. Hallo, wie schön Sie zusehen! Reveilion! 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 Hier! Hinter dir! Hier ist noch ein Platz frei! Dankeschön! Hallo, ich bin Nati. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du denn Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Hm? Ah, ich fürchte fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Hm. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Hm? Hm. Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Akio. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Ohnein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und sein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Ich war immer der Meinung, das Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport? Um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen. Stimmt's? Warum fängt denn nicht unser Neuzugang an? Hm? 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 Kurzum, verzaubern Sie die Kugel mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Nun, stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aber statt die Murmeln zu werfen, müssen Sie die Murmeln zu sich rufen. Der Trick ist, die Kugel so weit wie möglich zu ziehen. Aber nicht so weit, dass sie fällt. Verstanden? Ich könnte noch Stunden über die Theorie dahinter sprechen, aber Übung macht den Meister. Zeigen Sie es uns. Achio! Wunderbar! Das besieht den Besten von uns. Achio! Sehr gut! Ausgezeichnete Kon... Konzentration! Sehr gut! Punkte für Gryffindor! Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onei, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie! Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onei, Sie spielen rot. Verstanden? Ja, Sir. Konzentration! Konzentration! Na bitte! Achio! Keine Sorgen! Na dann los! Genau so wird das gemacht. Genau so! Dann wollen Sie mal! Achio! Gut gemacht! Na dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Ich glaube interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Sieh gut zu! Oh ja! Achio! Oh ja! Konzentration! Na bitte! Sieh gut! Sieh gut zu! Genau so wird das gemacht! Genau so wird das gemacht! Akio! Sehr beeindruckend! Sehr gut! Alle beide! Gute Arbeit! Wir sind fertig! Vergessen Sie Ihre Sachen nicht! Unentschieden! Unentschieden! Offenbar sind wir gleich stark! Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter. Versprochen! Danke, dass du das sagst. Es ist sehr viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem vierten Jahr von Wagadu hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Ist Wagadu größer als Hogwarts? Die Wagadu-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Ist Wagadu ein Schloss, wie Hogwarts? Sie liegt im Ruvenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss, als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Wagadu genau wie hier? Hm, größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Wagadu. Du kannst wirklich ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Wagadu, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Natürlich kannst du Akio auf Menschen anwenden. Wenn du magst. Auf ein Wort, bitte. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauberwohn schon erwartbar im Inne? Was für ein knappes Rennen zwischen Ihnen und Miss Onai. Erfrischend! Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Miss Onai ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas farbig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass Ihre Professoren Sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Rivelium. Professor Ronin erinnert mich an meinen Großvater. Sehr weise, aber etwas schräg. Hallo. Du bist der Neuzugang nicht zu... Hallo. Du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er... überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronin sicher nicht beeindrucken. Rivelium. Und dann schlossen sich die Wehrwürfe den Kobolden beim Aufstand an. Kobold, Wehrwürfe? Wart ihr dabei? Beim Koboldaufstand von 1750 und zwei? Zwei! Und am Ende war dann Elbert Boot der Zaubereiminister. Das stimmt nicht. Oh, wie lustig. Ich bleib noch ein Quent. Ein Hoch auf den Jungen, der dich lügt am Ende. Ich sag dir die Wahrheit, Peeves. Es war Elbert Boot. Das stimmt nicht. Es war Basil Fleck. Uh, ein Kampf? Wie mutig und keck. War der Minister ein Boot oder ein Fleck? Lass das, Peeves. Wir kriegen sonst Ärger. Du kriegst Ärger, aber Peeves putzt du nicht. Rivelium. Sie nennt's gut, er nennt's Fleck. Es reicht. Gegen dir müssen wir noch nachsitzen. Und ihr legt sowieso beide falsch. Es war Hes Festus Gore. Stutt und Fleck, ihr seid beide weg. Ihr alle habt Ärger mit Professor Black. Reveilio. Okay. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was sollte denn das? 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 Réveillon! Réveillon! Ich sage ja immer... Réveillon! 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 So, Basis-Zauber und Protego. Beginnen Sie! Das wird ein Kinderspiel. Protego! Es geht. Hast du es bemerkt? Libioso! Protego! Libioso! Verschämt die Dinge. Musik-Technik. Ich weiß! Ein perfekt ausgefüllter Libioso. Sag mir einfach, ich lerne schnell. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Gryffindor. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache. Aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiter üben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Selo ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Riveli. Na gut, das war genug. Gegen Professor Hackett würde ich nicht... Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich fürchten. Ich dachte immer, Levioso sei für Erstklässler. Hm, jetzt nicht mehr. Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Och, ich halte nicht viel von Duellen. Gute Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Ich bin übrigens Sebastian Selo. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Nein, war es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ha, ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleicht, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut. War schön, mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Dann bis bald. Reven, euch fellows. Ich habe mich noch pewien. Ich habe hier sie lira. Ihr Handbuch ist ja wirklich krass. Reveilion. Kleine Rotznasen, ich lüge einfach. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe hab ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie noch mal bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist das nicht so? Hat Professor Fig nichts zu meiner Ausbildung gesagt? Er ist immer noch sehr zugeknöpft, was die Details angeht. Nur ein paar Zaubersprüche hat er erwähnt. Reveilion und Lumos? Ja, richtig, Professor. Aha. Als wollte man einem Spreeler ein Sonnet entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen Sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für Sie bereithält. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja. Sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Hm. Vielleicht Sebastian Sello oder Natsai Omnai. Ich habe Sie öfter mit Ihnen gesehen. Ich möchte mit Natti gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Ollivander ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass Ihnen unterwegs keine von Victor Ruckwoods Schergen begegnen. Ruckwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg, wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronins Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Ah, da sind Sie. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber, den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Hm. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt. Aber zuvor werden Sie von Ihnen Vorbereitenden der Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? , ус 对. Nebiosin! Achir. Nebiosin! Das ist die Momente. Das ist die Lage. Achir! Das ist die Lage, » Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Großartig. Ich hoffe, die ersten Aufgaben... Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit! Ja, Sir. Denken Sie daran, Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Genau so. Sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen... Wasser, angeblich... Stark. Vielleicht hat es eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Das ist ein Fokus für Ihre Magie. Aber Sie haben ja auch ein Fokus für Ihre Magie. Da ist ein Fokus für Ihre Magie. Da ist es nicht... Das ist ein Fokus für Ihre Magie. Oh! Ach! Hallo, suchst du nach mir? Natti, hoffentlich wartest du noch nicht lange. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut, sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Vielen Dank. Das Dorf zu sehen. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Ach, ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach alten Runen an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen. Das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, um Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, von denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Oh, warte. Da drüben. Ich sehe oft Flor fliegen in dieser Welt. Revelyon. Aha. Was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Sieh mal. Hippogreife. Aus dem verbotenen Wald. Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Meint ihr Poffi, hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Sicher Stolzschritt und Zuckerfuß. Dort links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten. Wie der Name schon sagt. Warum ist der verboten? Die Professoren sagen, das ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Ah, hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Also wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Das hat sie gesagt? Hm. Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so... Neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat. Aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden, hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Rebellion. Ich spare auf einen neuen Wegen. Ich glaube, ich nehme den eigenen Wegen. Wester Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Ohnai. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertaschen. Wer, Mr. Moon? Ein Demigais. Der ist hesslich, halt. Furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Armer Mr. Moon. Ein Demigais? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß. Er hat ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Wir sind fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen. Nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so, wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Natti. Danke. Und da wären wir. Und? Revely. Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... einen Zauberstab. Natürlich. Du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Viel Spaß. Wir sehen uns später. Bei Merlins prächtigem Bad. Nicht schon wieder. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Ein Moment, bitte. Ah, guten Tag. Ich suche... Einen neuen Zauberstab. Ja, höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie es. Gestatten, Gerbolt Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, 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 du nicht. Ah, ja. Ja. Mächtiger Kern. Zehneinhalb Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Hm, seltsam. Äh, nochmal, na los. Schwenken Sie richtig. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Ah, vielleicht. Ja. Edelholz, 13,75 Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Ja. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Äh, 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 wo bist du? Vielleicht du? Ah, da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Wirklich interessant. Faszinierend. Faszinierend. Wirklich interessant. Faszinierend. 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 Faszinierend! Faszinierend! Wirklich interessant! Faszinierend! 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 Vielen Dank.